Die strahlungsfreie Messmethode von Sonosense ermöglicht ein Vermessen der Wirbelsäule im zeitlichen Verlauf bei voller Bewegungsfreiheit. Die Messung erfolgt im Verfahren der Sonometrie durch acht kleine Ultraschallsensoren, die paarweise auf der Haut entlang der Wirbelsäule angebracht werden. Bei Bewegungen verändert sich der Abstand der Sensoren. Dadurch lassen sich die Bewegungen der darunterliegenden knöchernen Strukturen exakt ableiten.